so kinder die motorräder bewundern sind einfach dieses bike ist auch einfach ein geisteskranker hingucker wir machen heute ein paar flybikes moin leute was geht willkommen zu einem wunderschönen neuen video wir fahren heute ein bisschen durch die gegend ich habe an sich kein ziel aber mehr zeit diesmal und ja wir schauen einfach mal sowas passiert oder boys and girls wir müssen auf jeden fall heute tanken denn für mich geht es am sonntag zum anlassen mit diesem motorrad ich bin sehr halb es gehen echt viele dahin sogar ich werde für euch ist es jetzt irrelevant wann ich da bin weil ja ich kündige es wenn dann auf insta an weil das video halt weit nach dem anlassen kommt aber ich werde auf jeden fall erst so gegen 14 da sein ganz einfach aus dem grund weil der corso startet um 16 15 und ich muss jetzt nicht mich stundenlang da aufhalten deswegen reichen mir die zwei stunden ich bin gespannt wie das mit dem bike wird über die autobahn zu fahren ich fahre jetzt einfach mal hier auf die egal dran vorbei sie ist so kinder die motorräder bewundern sind einfach sie ist wieder aber dieses bike ist auch einfach ein geisteskranker hingucker wir können noch mal stehen bleiben dann zeige ich sie euch noch mal in voller pracht aber dieses bike wunderschön boys and girls ich habe eine idee wir machen heute ein paar flybikes ich möchte wissen wie sich das bike anhört ich finde es aber auch einfach wieder krank wie schnell man sich an so ein motorrad gewöhnt also mittlerweile ich bin schon wieder eins mit dem motorrad ich bin aber jetzt auch lange die april ja schon wieder nicht gefahren deswegen denke ich mal werde ich tatsächlich für mich im nächsten video ich weiß nicht wie in welcher reitfolge die für euch kommen aber für mich werde ich die wahrscheinlich im nächsten video mal wieder fahren weil die april ja nach wie vor auch ein unfassbar geiles motorrad ist ach so cooler blinker danke brudi der weihnachtsmann junge boys and girls schaut euch dieses wunderschöne motorrad an alter ist das schön mein handy ja gute frage wo stellen wir das jetzt hin wir sind so ein paar steine und stöcke damit kann man das bestimmt stabilisieren so und jetzt ein stein hier hinter haben wir einen hebel gebaut ok boys and girls wir starten einfach mal das video und gucken was dabei rauskommt übrigens ist eine abgesperrte teststrecke da vorne ist mein kontrollfahrzeug also und dann und 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 Das war's für heute. Alter, Junge, wie hört sich das Motorrad an? Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ding so gottlos laut ist. Alter, das Ding scheppert ja bodenlos die Ohren weg. Oha, was ist das denn? Da hat wohl jemand eine Flasche weggeworfen. Brody, die Ampel ist rot. Uiuiui, oha, bei 45 kriegt man die ja noch besser hoch. So Boys and Girls, aber ich würde sagen, wir fahren jetzt Richtung Tankstelle auf jeden Fall. Weil meine Cam gibt gleich auch den Geist auf. Okay. Aber Boys and Girls, heute bin ich smart, denn ich mache jetzt mein Auto, bevor ich überhaupt tanke. Weil dann kann ich direkt, nachdem ich getankt habe, die Cam auslassen. Weil wahrscheinlich habe ich dann eh nicht mehr genug Akku. Heißt, die würde dann eh ausgehen. Und jetzt nur den Akku wechseln für ein Outro macht gar keinen Sinn. Deswegen werdet ihr jetzt gleich mein Outro bekommen. Also, eigentlich vorm Tanken. Aber egal. Boys and Girls, was mir auch gerade einfällt, der Anzeigenhauptmeister ist heute einfach in Duisburg. Und der WTF, er kommt in unsere Umgebung. Ich hoffe, er kommt auch nach Weso und ich krieg das mit. Oh Gott. Junge, das war fast mein Tod. 5,8 Liter. Entspannend. Aber gut, Boys and Girls. Ich würde sagen, das war es mit diesem wunderschönen Video. Lasst gerne ein Like oder ein Abonnement, falls euch dieses Video gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschau.